Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum Wetter hier bei wetter.net. Der Frühling, der macht in den kommenden Tagen einfach weiter. Einzige Ausnahme im Osten, da kann es am Freitag und Samstag mal etwas kälter werden. Aber nächste Woche gibt es wieder Vollfrühling für alle und möglicherweise neue Rekordtemperaturen von über 20 Grad. Der bisherige Rekordwert in diesem Februar liegt ja bei 20,6 Grad gemessen in geilen Kirchen. Und dieser Wert könnte nächste Woche nochmal überboten werden. Ein Blick auf das Wetter vom heutigen Donnerstag. Und dann sehen wir, das Hoch Erika hat sich über weite Teile Mittel- und Südeuropas gelegt und sorgt für sehr sonniges Wetter. Einzige Ausnahme hier im Norden, da zieht das Tief Xaver vorbei und das bringt auch Norddeutschland heute viele Wolken und ab und zu etwas Regen. Die großen Regensummen werden das aber wie gesagt nicht sein. In der Mitte und im Süden zeitweise sonniges Wetter, dort auch die höchsten Temperaturen mit 13 bis 15 Grad und sonst so 9 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen gibt es eine kleine Wetter-Zweiteilung. Was die Temperaturen angeht, der Osten, der wird am Freitag und auch am Samstag von der kalten Luft aus Osteuropa gestreift. Hier werden nur 5 bis 8 Grad erwartet. Im Westen dagegen bei viel Sonnenschein Temperaturen um 11 bis 14 Grad. Am Sonntag gibt es dann Sonnenschein für alle, das Ganze bei 9 bis 16 Grad. Dann wird es also auch im Osten wieder wärmer und richtig warm wird es dann nächste Woche. Am Montag gehen die Temperaturen rauf auf 12 bis 17 Grad. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken und auch der Dienstag und Mittwoch, diese beiden Tage bringen viel Sonnenschein. Am Dienstag 13 bis 19 und am Mittwoch 14 bis 21 Grad. Lokal vielleicht sogar noch etwas darüber und das könnte dann neue Rekordtemperaturen bringen. Und auch die zweite Wochenhälfte bleibt überwiegend warm. Am Altweiberdonnerstag werden 14 bis 20 Grad erreicht. Da macht der Straßenkarneval so richtig Spaß. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein und auch der Freitag und der Samstag, diese beiden Tage, bleiben relativ mild. Mit Spitzenwerten von bis zu 18 Grad und einem Gemisch aus Sonne und Wolken. Es bleibt also auch weiterhin trocken. Ja und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.